Der Vatertagsmarkt in Grafenau hat eine lange Tradition und ist eine riesige Attraktion auch über die Kreisgrenzen hinaus. Schon seit 38 Jahren findet er regelmäßig an Christi Himmelfahrt statt. Wenn die Sonne wie in diesem Jahr so herrlich scheint, gibt es in den Gassen fast kein Durchkommen. Die Markthändler boten an über 160 Ständen ihre Waren an. Viele Grafenauer Vereine haben zudem zur Verköstigung beigetragen. Der Musikverein Grafenau sorgte zudem für die musikalische Untermalung. Die Mödie Grafenau Was soll ich jetzt sagen? Nehmen Sie sich zwei Verschlusskappen von dem Reiniger. Sie brauchen keine Angst haben, das ist nicht scharf. Untertitelung des ZDF, 2020